einen wunderschönen guten abend zusammen zum ich sag mal improvisierten webinar footprint und atas ja heute mal nur mit michael burgstaller und ohne bergböhme aber das wird heute auf jeden fall trotzdem ein gutes webinar denke ich mal mein name ist florian scharschmidt und ich darf sie ganz herzlich im namen von fx flat die heute abend um 18 uhr begrüßen von daher will ich gar nicht lang drum herum reden und spring einmal zum risiko hinweis damit wir darüber auf jeden fall mal gesprochen haben denn sie kennen es alle ist wie jedes webinar auch dieses webinar dient nur zu schulungs und informationszwecken ja bitte verstehen sie nichts des gleich gezeigten als handelsempfehlung oder anlageberatung ganz gleich was der michael gleich zeigen sollte erklären sollte oder dergleichen ja denn am ende müssen sie immer ihre eigenen entscheidungen treffen ja das ist ganz wichtig von unserer seite zu sagen okay dann würde ich sagen gebe ich dir jetzt mal den bildschirm sollte zu sehen sein hoffentlich ja sorry ist zu sehen alles gut sehr gut dann werde ich hier mal rein grätschen also ich wünsche euch einen schönen abend aus österreich und wir haben heute ein bisschen zu improvisieren da unser bernd heute nicht verfügbar ist das heißt ich bin nicht vorbereitet weil der bernd hätte heute diesen footprint vortrag gehalten ich werde eben stand-up improvisieren und wir wollten das webinar einfach nicht absagen weil immer so viele leute dabei sind und weiß ich euch alle freut so haben wir gedacht na gut dann ziehe ich das heute alleine durch nicht vorbereitet aber wir werden die zeit hoffentlich füllen können brauche ich euch heute heute auch dass ihr vielleicht die eine oder andere frage stellt damit wir da ein bisschen ein programm reinkriegen ich werde heute wieder über neue features in atas sprechen ja über altbekannte probleme ich werde die heute auch ansprechen was diverse einstellungen mit daten feeds und co betrifft und ja dann werden wir mal starten das ganze und ich hoffe dass ich euch gerecht werden kann heute haben also schauen wir mal ich arbeite wieder auf der atas alpha version das heißt die entwickler version es kommen einige features in den nächsten zwei wochen die möchte ich euch heute schon zeigen und falls mir das gerät abschmiert ja was noch nie der fall war aber trotzdem möchte ich euch das in der alpha version zeigen die nächsten zwei drei wochen wird das dann ausgerollt in die beta mit die latest und dann schlussendlich in die stable weil immer wieder die fragen gekommen sind wie viel kann ich ihn eigentlich in atas öffnen ja wie viel wie viel workspaces wie viel layouts wie viel tage historie und so weiter und so fort ihr seht das beim login ja ich habe mir hier dann habe ich schon mal her gezeigt aber nur um das noch einmal in erinnerung zu rufen einen workspace der heißt wahnsinn dann habe ich so benannt eben wahnsinn hat das sagt hier sofort gelbes dreieck dass hier unter umständen was nicht stimmen kann wenn man auf das gelbe dreieck drückt bekommt man eine auflistung aller charts aller zeichen objekte aller module und so weiter und so fort der ist schon bereinigt von mir hier sind 83 charts in fünf layouts und sechs instrumente geladen also 83 charts plus die ganzen smart tapes plus die ganzen doms und so weiter und so fort und hier war der fall dass in diesen 83 charts insgesamt 20.000 tage historie geladen waren das ist hier nicht der limitierende faktor der limitierende faktor ist erstens der computer den ihr benutzt zweitens der arbeitsspeicher und drittens die cpu wir limitieren nicht also ihr könnt 200 charts auch aufmachen ihr müsst einfach nur darauf achten was euer system verträgt ja das ist ganz wichtig also ist man kann nicht unlimitiert viele charts mit unlimitiert vieler historie auf machen irgendwann ist der zenith erreicht und da gibt es keine regel ja weil eben manche arbeiten mit rechnern die sind zehn jahre alt und manche haben halt einen neueren rechner und man muss halt eben schauen was das system verträgt das vorab zu diesem thema also unbedingt darauf achten dass man sein ist system nicht überfährt ja dass das ist übrigens bei jeder trading plattform so es geht nicht unendlich viel gut dann hätte man das geklärt und es gibt hier wie gesagt in den neuen login fenster kann man sich hier aussuchen ob man die beta die latest oder die stable version fahren möchte ich würde da gar nicht lange um das umdrehen ich möchte euch gleich die neuen features in ab das zeigen da eine oder andere hat das in youtube wieder schon gesehen wir haben um beim thema footprint zu bleiben das komplette footprint modul in ab das geändert beziehungsweise erweitert ihr habt jetzt die möglichkeit mit unserem footprint designer zu arbeiten was heißt das das heißt ihr seid so gewohnt also die meisten von euch ihr zoomt rein und kommt in den footprint modus und wenn man in den footprint modus geht vom kerzenmodus in den footprint modus geht auf der linken seite hier das menü auf und hier in dem menü sind im vorgefertigte footprint typen also mit standard dann haben wir mit us delta profil das ganze auf delta trades dass man schauen kann wie viele trades sind wo gedetigt waren abseits der volumina volumen volumen profil profil mit volumen aus gewertet und es sind immer wieder anfragen gekommen im support sie brauchen diesen und jenen modus und das funktioniert so nicht und wie kann man sich diesen zusammenbauen und wir haben lange darüber nachgedacht wie man wird das ganze problem lösen und sind dann eigentlich zum losgekommen werden lassen diese vorgefertigten footprint modus für die kunden drinnen weil sehr viele damit arbeiten aber wir haben hier oben nun diesen footprint designer wenn ich hier drauf klick und da kommen wir später darauf kann ich mir im prinzip blitzschnell über 400 verschiedene footprint typen designen und das relativ einfach im ersten schritt sind wir hergegangen und haben wir diesen bit ask im balance chart der war hier an erster stelle in den alten versionen ist er noch vorhanden haben wir eliminiert warum es hat nur diesen bit ask im balance chart gegeben um die im balances auf der bit und ask seite eben prozentual darzustellen und im ersten schritt haben wir gesagt warum eigentlich nur am bit ask im balance chart ja dann habe ich auch mit zwei kunden gesprochen über die ganze problematik sie hätten halt gerne in den anderen bit ask charts diese funktion auch also sind wir hergegangen und haben das ganze jetzt verfrachtet in settings ganz unten gibt es eben in den cluster einstellungen die funktion bit ask im balance und kann das jetzt global ein und ausstellen und kann auch die farbe ändern von der im balance und die rate und der volumen filter und so weiter und so fort wenn dieser modus nun eingeschaltet ist global kann ich mir in jeden bit ask chart die im balances anzeigen lassen also das ist das ist eigentlich ich würde sagen das ist eine gute erweiterung vor dem ganzen tool jetzt hat man eben die die möglichkeit im balances separat eben in allen charts anzeigen zu lassen und nun kommen wir zu diesem footprint designer ich gehe dazu jetzt einfach einmal laufen auf dem stunden chart oder gemacht und daily chart was haben wir hier wir haben wir diesen footprint designer wenn man den aufmacht kann man eben blitzschnell den content das schema die borders die farbe und den text ändern was heißt das den kontext ich möchte jetzt den kontext volumen haben dann habe ich hier im prinzip die volumen im footprint möchte aber den chart modus die bit ask leiter haben dann habe ich da jetzt dann den bit ask footprint modus aufgesplittert in volumen ja und ich kann hier per mausklick im prinzip die border ein und ausschalten das war auch eine anfrage manche haben diese border gern dabei die anderen möchten sie nicht und dann kann man eben den content den chart modus dass das das die farbgebung von dem ganzen natürlich auch ändern jetzt ist die farbgebung auf delta ich kann sie auf solid schalten einmal einfärbig proportional dem volumen die trades mit volumen proportion also welche seite mehr hergibt und jetzt haben wir was was richtig 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 cool ist dazu so mich ein bisschen raus in der farbgebung der footprint charts haben wir jetzt die möglichkeit heat maps zu fahren ja das heißt ich lege über meinen ganzen footprint modus die heat map die ich gerne haben möchte drüber und kann mit uppercut und kontrast arbeiten und kann mir so blitzschnell im prinzip die volumina automatisch raussuchen können das heißt wir haben die heat map auf das volumen profil gebracht und und das ist natürlich je nach einsatzgebiet ist es ein knaller ja also das ist es ist richtig toll also kann man natürlich blitzschnell das ganze wertvolumen filtern ist eine super sache dann haben wir ein auto border und direction marker ja also wir können jetzt auch im prinzip blitzschnell die ganze optik vom ganzen anpassen wir können man die die auto border die direction marker ausschalten also das haben wir individuell drauf jetzt auch was den text betrifft von size auto größen text kürzen nachkommastellen und so weiter und so fort ja auch was den maximum level betrifft kann man jetzt blitzschnell die box rausholen ja kann ich farbgebung ändern und so weiter und so fort kann den text noch mal eins definieren also wir haben das ganze thema footprint eigentlich jetzt auf die spitze getrieben falls wer noch gute ideen hat für den footprint was man unbedingt benötigen bitte schreibt es mir durch dann schauen wir uns das an und wenn das sinnvoll ist dann wird das natürlich sofort hinzugefügt die ganzen proportionen was die colorierung betrifft ist hier auch drinnen die im balance selber ein und ausschalten was man wir vorher global gemacht haben ist hier auch drinnen ja die im balance rate und die farbe ist ja auch drinnen und die filter kann wir auch noch setzen pro preisbereich also das ist der neue footprint designer und ich finde das ist ein sehr gelungenes tool und habe ich so auch noch nirgendwo anders gesehen ja das zu diesem thema hier und wie gesagt diese heat map die kommt ja auch noch immer schon ob es die kollegen unter umständen sogar schon hinzugefügt haben im fix tpo und profile auch noch ja also in zukunft werden wir auch bei den festen profilen auf der linken seite aber wer wir die möglichkeit haben haben wir sie schon nein es ist noch nicht drinnen in meiner version auch die fix tpo und profile mit einer heat map zu versehen sowie den tpo und volume profile indikator selbst auch mit heat map zu versehen und schlussendlich wird es soweit sein dass wir hier im prinzip auf diesem volumen auch noch eine heat map kriegen ja das ist einfach es wird so oft gefragt und jetzt haben uns da entschieden dass man das in die plattform bringen ja diesbezüglich gut und was wir noch hinzugefügt haben das ist auch eine neue funktion die vielleicht eine oder andere schon gesehen hat wenn man wir jetzt im kerzen chart sind mit dem shortcut m auf der tastatur kann ich sofort reinschauen in die kerzen was am footprint chart los ist das heißt wenn ich wissen will was hier im dort genau passiert ist brauche ich hier nicht rumstellen ja ich drücke die taste m halte die gedrückt und im hintergrund seht ihr genau diesen footprint chart den ich definiert habe das heißt das behält dass ich auch diese cluster search einstellungen und indikator signale die auf dem chart gezeichnet werden sieht man hier drin dann ja also haben wir im prinzip hier noch die footprint lupe wo man wir direkt in die kerzen reinschauen können was was los ist und und was passiert also finde ich sehr gut gelungen muss ich sagen ich brauche bitte eure unterstützung was diverse fragen betrifft schießt los heute umso mehr fragen ihr stellt umso länger wird das webinar heute dauern wie gesagt ich bin heute alleine und nicht vorbereitet gut das war eben die footprint lupe was das ganze thema betrifft wie man da reinschaut ob das auch in range us charts möglich ist natürlich ja also das ist in jedem chart typ möglich ob das range ob das renko sind oder standard kerzen ob das volumen kerzen sind überall wo footprints eben gezeichnet und berechnet werden ist es möglich ja so vor dem her vor dem her würde ich sagen sind wir da relativ gut dabei ja wir haben hier auch einige neue settings was den chart betrifft das kennt ihr wahrscheinlich schon verläufe ja wir haben hier aber auch noch diesen area chart denn wir neu drinnen haben das heißt wir haben mittlerweile diesen chart modus auch hinzugefügt diesen kann man auch frei definieren was die settings betrifft was ganz interessant ist wir haben jetzt intern eine große indikator müssen wir sagen offensiv ja und wir gehen jetzt wirklich durch alle indikatoren durch und und erweitern diese und verbessern diese was funktionen und 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 co betrifft ja also wir schauen jetzt wirklich wie können wir die einzelnen indikatoren die in atas sind auch noch verbessern und weil man gerade geöffnet haben hier haben wir eben den cluster search indikator der hat einige funktionen dazu bekommen das erste ist dass ich ihn von der periode das heißt von von den tagen her begrenzen kann wir haben das phänomen gehabt wenn wenn kunden mehrere hundert oder tausend tage historie laden und dann mit dem cluster search indikator arbeiten muss der natürlich wenn ich hier werte verändere alle 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 kerzen die geladen sind natürlich berechnen diesen kommen wir jetzt zuvor wir haben jetzt hier die periode drinnen und die kann man natürlich dann anpassen ist für die performance gut muss ich sagen wenn wir das zumindest anbieten können und vorher hat sie die ganze zeit gerechnet und das war jetzt nicht wirklich förderlich wenn man mit viel historie arbeitet das haben wir verbessert was hier noch dazu kommt wir haben wir hier ein autofilter ich weiß noch nicht ob der inter alpha version schon funktioniert wir werden hier schaut nicht so aus wir werden hier einen autofilter bekommen das heißt der filtert ihr automatisch eben dass das volumen anhand der größe raus was sinn macht was wir noch hinzugefügt haben ist hier der der modus use previous close also man kann das hier gut veranschaulichen wenn ich rein so unser cluster search indikator war eigentlich von anfang an so konzipiert dass der alarme ausgibt sofern sobald der vorkommt ja das heißt ich habe hier jetzt den ausschlag vom volumen her ich kriege sofort den alarm und ich kann mir halt hier den vordefinieren dass er entweder die alarme sofort ausgibt oder mir den alarm erst dann ausgibt wenn die candle geschlossen ist je nach einsatzgebiet hat das eine oder das andere vorteile das von dem her und hier kommen noch einige neue filter dazu was das etwas die average betrifft durchschnitte und so weiter und so fort das ist das was ich im cluster search indikator getan hat ich werde jetzt ganz kurz euren fragen lesen sofern welche da ist gut frank ich verstehe die frage nicht ganz wenn wenn der markt eröffnet und eröffnet um 45 dann ist jede kerze ab den open eine stunde und die letzte kerze von der session ist eben dann nur noch eine viertelstunde das ist standard so und wir haben das eigentlich übernommen so wie es andere anbieter auch machen es macht keinen sinn wenn ein markt um halb oder um drei viertel eröffnet dass dann die folge kerzen um punkt also von stunde zu stunde laufen ja also das ist das macht keiner so und wir machen es auch nicht so vor dem her gut gibt es noch fragen zu dem neuen modul und zu den neuen settings die wir hier haben dem ist nicht so dann werden wir heute ganz kurz mit dem footprint chart am stunden chart oder am tages chart einen cluster search einrichten für die analyse würde ich vorschlagen das können wir machen und dazu verwenden wir den vier stunden chart oder tages chart am s&p 500 und versuchen wichtige levels anhand des footprints zu finden hierzu werden wir das volumen so anpassen damit wir große bereiche schnell identifizieren können und und versuchen eben über diesen footprint chart wichtige levels in dem chart zu finden ich werde den ganzen chart jetzt schnell einmal auf dunkel stellen damit man das besser sehen kann ich hoffe ihr könnt das gut sehen ist das für die augen gut ich hoffe gut also wir haben hier die möglichkeit in dem cluster search indikator eben auf dem footprint chart je nachdem wie er definiert ist gewisse sachen zu suchen ich sage immer das ist der google der trading software ja also hier können wir im prinzip nach gewissen er eignissen aber auch volumen suchen und ich mache das halt gern ich habe das schon mal gezeigt und manche möchten das noch einmal sehen und haben gefragt wie ich das mache wie man eben auf die richtige volumen zahl beim cluster search wie man wie man dazu kommt wie komme ich jetzt zu meinen zahlen die ich hier eingebe und da gibt es im prinzip zwei schulen die eine schule ist dass man eben tabellarisch auswertet was sind die hohen und kleinen volumen und eben prozentual sich hier annähert ja und ich persönlich mache es halt so dass ich her gehe und sage ich schaue mir den chart an und wenn diese signale beziehungsweise wenn der cluster search aussagekräftig ist was er mir anzeigt und das kann man sofort an der historie sehen dann sind die werte okay ja weil der markt ist eben dynamisch und so sind es auch die volumina die sind auch dynamisch und ich taste mich dann meistens hier an ja und je nach markt versuche ich den markt zu kletten das heißt ich habe hier ein prinzip ein volumenprofil am footprint chart schauen wir mal und ich habe ja ausreißer ich habe ausreißer mit viel volumen ich habe bereiche mit ganz wenig volumen ich habe wieder wieder ausreißer und mir helfen level nix wo ich nur einen preis level drinnen habe also das möchte ich vermeiden ich möchte ich möchte am chart sehen dass mehrere preislevel ein gewisses volumen beinhalten und das kann ich nur machen wenn ich den chart klette volumen basiert und das macht man so indem er her geht die standard volumensuche also jetzt alles minimum 5000 ich werde das erhöhen einmal auf 8000 gut und dann gehe ich aber her und sage ich möchte die preis range erweitern warum ich möchte nicht auf einem preis die 8000 haben wir sind ja am s&p 500 da ist 1.4 tics jetzt probieren wir es einmal mit 2 3 oder 4 so und dann haben wir schon mehrere level definiert das heißt ich gehe hier rauf auf 16.000 ich möchte bereiche haben die über 4 tics laufen aber 16.000 volumen beinhalten das ist mir noch immer zu wenig und geht es einmal rauf auf 19.000 und man sieht hier schon recht schnell ich stelle das um dass ihr das auch seht kleinen moment müssen wir hier noch auf die preis gehen das machte mir nicht gut dank der alpha version also im normalfall sind eure preis level jetzt eingefärbt ja und wie ihr seht jetzt habe ich keine einzelnen ausreißer mehr sondern ich bekomme schon langsam bereiche die über 4 tics gehen aber meine 19.000 und volumen und volumen beinhalten ok und hier kann ich mich eben je nach instrument spielen und sagen ok umso dünner ein instrument ist umso mehr kann ich preis bereiche einnehmen zum 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 kletten sage ich jetzt einmal ganz salopp und hier haben wir eben 19.000 kontrakte und die müssen vorkommen auf wo sie machenинtern exit preis range auf vier preisen möchte ich meine 19.000 kontrakte haben und wie ihr seht es ist noch immer ein bisschen zu viel weil das ist vom preisbereich här ist mir das zu wenig wechsel mit 25.000 gut dann wird das ganze bisschen interessanter und dann gehen wir her und hätten noch einen cluster search gut und denn sagen wir jetzt mindestens 25.000 also 30.000 mehr den machen rot also ich zeige nur wie ich es machen würde in dem fall und natürlich hat jetzt nichts drin weil wird auch hier die preis mensch erhöhen müssen dennoch geld es ist jetzt für die ansicht ein wenig blöd weil die preisbereiche nicht eingezeichnet werden aber so geht es in etwa was haben wir jetzt gemacht wir haben jetzt im prinzip am vier stunden chart mit dem cluster search volumen gesucht wo mittelmäßig viel volumen drinnen ist in gelb und wo erhöhtes volumen ist wo es noch mehr drinnen ist in rot das ist jetzt ganz kurz einmal drüber geschnitten wie man das in etwa machen kann und dann schauen wir ob das was wir jetzt gemacht haben überhaupt sinn macht ja und ich habe gesagt eingangs es macht sinn wenn man sich das was man eingegeben und gesucht hat am cluster search am chart revue passieren lässt ja und fangen wir einfach einmal auf diesen tag an und versuchen zu schauen ob diese bereiche wenn sie groß genug sind umso genauer man die filter einstellt und mehr zeit damit verbringt diese filter einzustellen umso genauer werden diese bereiche natürlich ob diese bereiche halten bzw ob es an diesen bereichen irgendeine art von reaktion gibt im markt und wir fangen jetzt ganz normal hier an es sind am vier stunden chart das heißt diese kerze bildet sich diese kerze ist fertig dann kommt die nächste kerze wir haben dieses signal hier eigentlich schon ja und wir zeichnen das ein vier stunden später kommt die zweite kerze und es hat hier reaktion gegeben dann bildet sich diese vier stunden kerze es öffnet die nächste kerze bumm wir haben auch hier in dem bereich spätestens hier unten wahrscheinlich bereich haben wir reaktion bekommen wir haben hier extrem viel volumen wird uns das ein zwölf stunden später hält dieser bereich noch immer wir haben hier einen bereich in der nächsten stunde hälter wir haben hier einen bereich es passiert hier was es heißt nicht dass das ist das was wir jetzt machen dass das der heilige kral ist den gibt es nicht ja wir machen hier nichts anderes wir suchen extrem große volumen cluster ja und schauen ob bei diesem volumen cluster reaktion in der folge kerze das heißt wir haben was was leading ist wir haben nichts das was irgendwie lagging indikator ist sondern wir wissen eigentlich sobald sich die nächste kerze bildet auf was man zumindest schauen können und das ist meiner meinung nach sehr interessanter ansatz funktioniert das immer nein es funktioniert nicht immer funktioniert das relativ oft es kommt darauf an die märkte sind dynamisch ja also ich habe das jetzt nicht vorher irgendwo getestet und und probiert am chart ich habe das jetzt einfach stand up mäßig weil weil mir das programm fehlt für heute mal mit euch zusammen gemacht und man sieht definitiv dass hier das was passiert zumindest ja und das kann man natürlich in seine strategie oder in seine analyse ein binden das ganze man hat ja auch hier und so ehrlich und fair muss man sagen teilweise bereiche die werden gar nicht in mitleidenschaft gezogen das ist dann ziemlich egal aber man kommt wieder in bereiche rein wo eben diese kerze schon geschlossen ist wir haben diese bereiche und die folge kerze sticht wieder in diesen volumen bereich rein und wird respektiert und umso genauer dass man eben diese filter setzt und diese filter sich anschaut und auch ein bisschen ins gespür kriegt wenn mehrere bereiche untereinander sind dass das unter umständen ein zusammenhängender bereich ist und wenn der kurs hier rein läuft und das volumen raus läuft das heißt umso weiter dass wir in diese zone kommen umso weniger volumen und umso weniger interesse ist eigentlich ja dann macht das ganze was wir hier wochen schon sind ja würde ich sagen und natürlich muss nicht kann aber ja wir haben immer wieder ausreise trainern weil sonst wärmer wahrscheinlich alle multimillionäre die was einfach nicht funktionieren ja so fair muss man sein und und das muss man sich heute genau anschauen und deswegen sage ich dass das für sich alleine ist ja keine strategie das sollte nur ein kleines helferlein sein wenn man seine tagesroutine macht zum beispiel dass man das sehr wohl einfließen lassen kann und sehr wohl schauen kann was passiert dort eigentlich volumentechnisch bei der ganzen sache und man sieht dass diese bereiche sehr wohl sehr wohl die ganze zeit respektiert werden ja mal genauer mal weniger genauer und solche bereiche ignoriert man natürlich aber hier haben wir wieder einen und das ist jetzt nicht voodoo das ist rein nur footprint mit cluster search also volumen footprint mit cluster search und man hat diesen diesen punkt beim open von dieser kerze ja das heißt man kann hier lauern hat oft ist es auch so dass mehrere vier stunden kerzen hintereinander solche bereiche gebildet werden mit ausbrüchen und so weiter und so fort kann hier auch durchgehen und sich das ganze anschauen wie sich das eben verhält und es ist sehr interessant zu sagen dass es ziemlich oft zumindest zutreffend ist und wenn man eine bestehende strategie hat kann man kann man das ganze natürlich kann man seine treffsicherheit natürlich weitgehend in die höhe schrauben also wenn das mit der strategie die man schon hat zusammenpasst welche auch immer das ist und man bezieht solche informationen mit ein weil darum das geht sie in wirklichkeit es geht es geht es geht beim thema order flow volumen footprint ja eigentlich nur um eines dass man ein bisschen mehr information hat die man sich zu gemüte führen kann um seine entscheidungen einfach besser treffen zu können ja ich bin ein absoluter gegner davon dass das der heilige kral ist es gibt strategien die rein auf das passieren die mögen auch funktionieren mein vorschlag ist es hat immer bestehende strategien ja mit diesem arsenal zu erweitern ja und dann kommt man eben dann kommt man eben drauf dass das solche sachen halt einfach irrsinnig ist nicht lässig sein und wichtig sein und noch einmal es ist kein 100 prozent ding ja auf keinen fall aber es sind einfach interessante level die einfach entweder abgewiesen werden oder eben nicht und da können wir jetzt wahrscheinlich ewig lang weitermachen ja das funktioniert auch je nach instrument auf jeder zeiteinheit man sucht einfach extrem volumina und schaut ob der markt an diesen extrem volumina reagiert ja und da haben wir einmal abgewiesen zweimal abgewiesen dreimal viermal und irgendwann einmal wird dieser level natürlich auch brechen ja ist immer so da können wir durchschauen wo auch immer man muss aber auch immer im kopf behalten wenn man solche levels im nachhinein anschaut wie wir das hier machen wir wissen also ich weiß jetzt zum beispiel nicht wenn irgendwo ein level schwer durchbrochen wird und einfach egal ist ja waren am dem tag news hat es politisch irgendwas gegeben und so weiter und so fort das weiß ich natürlich jetzt nicht mehr also aber ich kann grob schauen und ihr habt es jetzt zusammen mit mir gemacht dass man kann hier grob reinschauen und sieht dass die einstellung die ich getroffen habe im cluster search als in beiden das gelbe für mittleres volumen und das rote für etwas erhöhtes volumen dass das nicht so fast verkehrt sein kann ja also vor dem her kann man das auf jeden fall verwenden und wenn man das ganze dann auf die spitze treiben möchte ja kleiner moment gehen wir mal jetzt zum aktuellen tag das heißt wir haben hier leider kein volumen in den vorkerzen dann nehmen wir einfach das ja nur zur veranschaulichung wenn man das ganze dann natürlich auf die spitze treiben möchte und man hat da bis sie damit gearbeitet und und man hat dann schon ein bisschen gefühl auch vor allem was das betrifft und das volumen noch unten hin in den bereich ausrinnt dann haben wir hier den vier stunden chart ja und dann kann man natürlich hergehen abseits von dem man macht dann wird irgendwie seine tages prognose dann hat man seine levels im vorhinein schon ja so man kann rein theoretisch hergehen und sorgen zack diesen bei diesen wissen man noch etwas was passiert bis zum ende der kerze ja aber haben wir die letzten die letzten zwei zonen ja es kann jetzt natürlich sein so komm her zu mir erwarten nicht wir haben jetzt hier die zonen und haben in wirklichkeit schon zumindest zwei bereiche wo man aufpassen können ja wo man wo man damit rechnen kann dass es reaktion gibt ja also also diese diese schwarz szenario hier also ich sage das jetzt einmal blind was wir hier oben gehabt haben die sind über war ein bisschen tricky ja weil wir haben hier den bereich und er hat hier nicht gehalten da man im prinzip ein fehl ausbruch gehabt ja aber dann hat man gesehen dass da oben das interesse immer weniger wird ja das heißt das volumen ist noch oben hin ausgeronnen da war kein interesse da und umso weiter dass man nach unten gefallen sind umso mehr volumen ist in den markt kommen ja und ist auch immer so meistens ist es schickt zu schauen wohin sich der markt nach einem großen volumen bewegt und ausschaut zu halten ob dieses dann noch einmal vorkommt ja und dann kann man halt im besten fall ich sage jetzt besten fall solche szenarien raus wo dir ein wenn so ein signal im prinzip einige gute möglichkeiten gibt bevor der markt dann komplett abtaucht und jetzt geht man dann her und dann hat man von mir aus whatever und wenn einer mit kanälen arbeitet oder sonst irgendwas und oder whatever mit cod daten arbeitet und dann gibt man diese information die man da natürlich dann auch gewonnen hat lass die einfließen in andere in andere strategien sei es keine ahnung moving averages renko charts whatever aber das ist halt für die große übersicht meiner meinung nach ist es ein guter punkt wenn man zumindest zumindest zonen hat ja zonen hat wo man sich ein bisschen wo man wo man sich auf die lauer legen kann sagen wir es jetzt einmal so ganz ganz einfach ausgedrückt so legt man sich auf die lauer und schaut was passiert ja unter umständen in einer in einer anderen zeiteinheit weil wenn man uns dann im prinzip irgendwo in so einen level begeben ja jetzt nehmen wir mal dass das 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 top dass das den top vorschlag hier nehmen wir uns jetzt einfach mal raus und man ist eben genau gerade in so einer situation dann kann man natürlich auch schauen wenn man die heat map offen hat ja dann kann man schauen wie ist denn das eigentlich liegen da oben limit orders warum wird warum wird der markt eigentlich hier abgewiesen warum ist das so und wenn ich hier natürlich diese information habe ja also und dann vier stunden später auch stunden zwölf stunden später sehe dass immer wenn der markt darauf kommt der komplett abgewiesen wird weil irgendwo die limit orders liegen oder whatever dann habe ich natürlich schon wieder einen mehrwert weil dann weiß ich warum wird der markt da oben abgewiesen und das macht einen unterschied um zu wissen ist hier oben viel gekauft worden und der markt geht nicht drauf oder hat einfach keiner gekauft und es ist verkauft worden und der markt geht runter oder der markt ist hier direkt in limits rein gekauft und ist einfach absorbiert worden ja das ist eben genau dieser mehrwert von dem ich spreche und das ist meiner meinung nach für jede trading strategie da draußen ist das mehrwert einfach früher hat man gesagt das ist ein cluster von signalen du hast den fibo dann hast die trendlinie dann hast eine moving average dann hast gesagt okay wenn alle drei zusammen kommen dann ist das signal wertiger und meiner meinung ist es jetzt so es ist völlig egal welchen trading ansatz das man handelt das ist ein mehrwert den was man einfach einfließen lässt um seine um einfach seine entscheidungen ja zu verbessern weil ansatz steht außer frage ich sehe hier warum das so ist ja und ich muss mir nicht darauf verlassen dass dieses setup in 55 prozent der fälle funktioniert und nur dann gewinnbringend ist wenn ich mein crv immer wieder gleich einhalte dann habe ich zwar ein setup das funktioniert aber ich weiß nicht warum es funktioniert ja ich weiß nur das was 55 prozent der fälle funktioniert hier sehe ich genau am markt was tut sich ja also ich sehe ja nicht nur auf dich die sachen ich sehe auch im prinzip am smart die geschichte ja ich sehe genau wenn ich mir das filter wenn ich sage interessieren die retail trader in dem fall interessieren mich gar nicht was da passiert sage ich das minimal volumen in dem ganzen tape sollte von mir aus 50 kontrakte betragen dann sehe ich ja nur mehr ausführungen die 50 oder größer sind und dann beobachte natürlich was hier passiert wenn ich seinen level anlaufe es ist oft interessant zu sehen dass eben in diesem level kleine reinkaufen und wenn die dann eingekauft sind große verkaufen und und was passiert dann mit die kleinen die dann da eingekauft haben und falsch liegen die müssen natürlich dann aus der position raus was das ganze die ganze dynamik nach unten natürlich wieder verstärkt ja und das sind halt so sachen was man natürlich auch mit dem delta schauen kann ja also hier ist definitiv kann man nachschauen und vor allem dann in den kleinen zeiträumen ob ich einen überhang habe an käufern und verkäufern ja und die frage kommt natürlich auch immer wieder auf und die ist auch ganz ganz einfach zu beantworten mich fragen oft leid und sagen zu mir ja hey aber für jeden käufer muss es ja ein verkäufer geben und für jeden verkäufer muss es ja ein käufer geben wie kann da ein überschuss wie kann dein delta zustande kommen wie kann es sein dass mehr leute verkaufen wie kaufen dazu muss man eines unbedingt berücksichtigen wenn es um das thema delta geht und zwar haben wir ja am markt zwei parteien von händlern ist ich nenne es jetzt einfach einmal zwei parteien von helden händlern wir haben die die aggressiv sind beziehungsweise die market in den markt gehen ja die drücken auf long die drücken auf short das auf kaufen verkaufen und gehen aktiv in den markt und delta beziehungsweise das volumen wird ja dann berechnet wenn ein wenn einer kauft na da kauft jetzt auf den level hier und ich schalte kurz den daten fit ab damit man das ein bisschen veranschaulichen kann kleiner moment das bewegt sich zu schnell für die erklärung so jetzt dürften wir hoffentlich stehen moment und gut kamera ganz wichtig jetzt wenn jetzt einer auf der 4.219 kommen 50 kauft dann habe ich hier nicht mehr 28 auf der limitseite am ask sondern 27 wenn hier 29 kontrakte gekauft werden springt der kurs rauf auf das nächste level weil dieser limit level geklärt ist so jetzt ist es wichtig zu wissen wenn der kurs hier runter kommt zack 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 und es wird extrem viel verkauft weil also market verkauft in dem bereich und hier sitzt ein händler oder ein roboter oder ein algorithmus und der geht her und immer wenn hier verkauft wird und das limit buch fast leer ist der füllt es wieder an warum passiert es naja weil leute aus großen positionen rein oder raus wollen ja und die haben dann eben algorithmen dahinter sitzen da fühlt es immer wieder an das heißt es werden jetzt in dem fall 48 verkauft dann ist nur mehr eines im buch das heißt es gibt fast einen downtick aber dann blitzartig sind wieder 50 kontrakte drin oder 500 whatever das heißt es wird hier im prinzip der markt gestützt beziehungsweise will hier irgendwer in die posi rein oder in die posi raus und hat einige tausend stück die was an den markt bringen muss so was passiert jetzt so wieder lauter verkäufer die verkaufen da rein habe ich dann eben ein negatives delta weil market mehr verkauft haben wie gekauft haben das heißt ich habe hier unten dann ein negatives delta das heißt es haben viele mehr leute verkauft und hier habe ich ein level der immer wieder aufgefüllt wird das heißt es gibt kein downtick weil da kommen immer wieder limits rein ja oder ich habe solche levels wie hier ja mit 462 der schnitt ist irgendwo bei 50 und hier ein großes level ja und es verkaufen 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 das heißt es sind extrem viele leute short aber der level wird immer wieder aufgefüllt ja was wird denn passieren irgendwann sind die short ist aus ja sind keine verkäufer mehr da und der markt bewirkt sich langsam nach oben und was wird denn dann passieren wenn ich hier ein extrem negatives delta mit verkäufer habe aber der markt einfach nicht runter geht weil hier irgendwer die limits da und auffüllt was wird passieren der markt wird dann rauf gehen ja da kann dann rauf gehen weil nach unten keine chance ist und alle die verkaufen wollten schon verkauft haben und die was dann da verkauft haben die sitzen ja in der position drinnen und wenn der markt nach oben geht werden die die position irgendwann einmal wieder auflösen müssen ja früher oder später und wenn die die position auflösen ja dann kaufen sie zurück ja und dann hat man eben diese traps schauen wir mal ob man schnell solche traps finden ich gehe einfach einmal auf 5 minuten chart ich lösche hier mal alle indikatoren raus jetzt haben wir einen 5 minuten chart und jetzt schauen wir uns in diesem 5 minuten chart einfach mal das delta an ja was ist hier los also sehen wir hier auf verschiedenen preisniveaus ich werde die farbe schnell umstellen damit wir auch was sehen und zwar von schwarz auf weiß wir sehen jetzt auf den verschiedenen preisniveaus hier in diesem 5 minuten chart das delta das heißt pro preislevel sehe ich haben mehrere leute verkauft oder haben mehr leute gekauft und um wie viel wie viel ist die differenz und dann kann man sich das diesen umstand zu nutzen machen ich so mal raus den umstand kann man sich zu nutzen machen und sagen na cool also ich habe jetzt meine levels aus dem volumen footprint modus und ich schaue mir jetzt an oder ich möchte mir anschauen hier in atas wo sitzen eigentlich viele trader in der falle beziehungsweise wo ist eigentlich so dass hier beim normalen kerzen chart siehst du das ja nicht da fehlt mir der mehrwert wo sind jetzt zum beispiel am top extrem viele käufer eingestiegen aber der kurs fällt oder wo sind unten am bottom extrem viele verkäufer eingestiegen und der kurs steigt dann ist das für uns im prinzip ein alarmzeichen weil wir ganz genau wissen wenn wir falsch investiert sind dann müssen wir irgendwann aus der posi raus sonst haben wir ein problem und das kann man natürlich auch wieder einerseits mit dem footprint modus sehen und zweitens kann man sich mit dem cluster search ich hoffe das ist interessant für euch meine herren und damen kann man sich mit dem cluster search im prinzip ausgeben lassen ja also ich kann mir im prinzip ein signal ausgeben lassen indem ich sorg ich möchte jetzt da polische kerzen also grüne kerzen haben nur ja ich möchte aber haben dass das delta ein negatives ist ja stellen wir schneiden hätte ich doch nicht der alpha klanten haben wir den typischen vorführeffekt gut jetzt möchte ich nur polische kerzen haben mit minus 500 delta also sehr heißer wert eigentlich das werden wir noch dann werden wir noch ein bisschen adjustieren müssen und ich möchte aber bei der polischen kerze haben dass das minus 500 delta im unteren doch das lower weg sind uns dann natürlich die signale ausgegangen weil minus 500 einfach zu viel ist für den markt ja da haben wir nicht viel das werden wir jetzt ein bisschen ändern und dann schauen wir ob wir im prinzip signale finden dadurch ja jetzt gehen wir da runter 250 um hier den wert zu bestimmen der interessant ist braucht man nur in den footprint chart reinschauen ja das heißt wir schauen hier in den delta chart rein und sehen wir was haben wir da eigentlich für delta werte wo sind denn die überhänge ja da 120 überhang 130 überhang und so weiter und so führt also ja und hier kann man ja genauso machen dann dass ich sage freunde ich hätte es gern am unteren dort aber ich hätte gern bereiche von 23 tics wo extrem viele verkauft haben kann man ja auch machen also glätten wir im prinzip den markt hier auch wieder und sagen okay das da aber ich hätte gern ein preisbereich von zwei oder drei ja und ich kenne das rauf natürlich wenn ich jetzt mehrere preisbereiche habe kann ich da natürlich sagen auf drei bereiche möchte kein überhang von 250 kommen die daneben liegen sondern ich möchte ein überhang von 400 die daneben liegen gut und dann kann man sich das anschauen was hat uns und wieder es gibt keine regel dafür man schaut wie die werte im chart sind und wir schauen jetzt da ist das was wir dem klasse search indikator gesagt haben ist das sinnhaft und ob es sinnhaft ist sehe ich immer im prinzip an der historie am research ja das sehe ich hier immer am research passen die signale die mir ausgegeben werden ja oder nein und dann muss man natürlich hier auch immer berücksichtigen für was lasse ich mir die signale ausgeben für kurzfristigen handel dass ich sage ich nehme ein paar tics mit weil die da falsch liegen oder für eine längerfristige geschichte da muss man natürlich auch schauen wie man filtert und vor allem wo man filtert ob man fünf minuten chart filtert oder nicht aber das ist zum beispiel so ein klassiker ja also wir haben hier im prinzip man darf sich hier nicht täuschen lassen das ist eine grüne kerze aber die war wie sie da unten war rot ja die war hier rot und hier haben extrem viele leute im prinzip das ist jetzt nicht der top wert für der filterung her verkauft die kerze ist dann raufgegangen und alle wird hier unten verkauft und beziehungsweise viele vor allem die was kurzfristig unterwegs sind haben dann gesehen ua der kurs dreht um ja es geht nach oben und die haben aufgelöst und das war im prinzip dann der ausschlag der hier nach unten muss man natürlich auch immer schauen dass man hier netz großartig gegen den trend rein arbeitet aber man sieht auch hier mit dem klaster start siehst du im prinzip level am footprint chart wo ich eben auf drei vier preisbereiche 400 über überschuss habe ja die mir dann im prinzip die sind getrapt ja die sind langfristig zwar richtig ohne ohne frage wir haben wir ziemlich starke obwärts bewegung ja aber das sind heute auch sachen die man filtern kann beziehungsweise wenn man sie gut filtert jetzt haben wir das relativ schnell und schlampig macht die wir sehr wohl hier bereiche sagen können die zu einer umkehr führen ja also das ist dann eben diese geschichte wenn viele trader falsch positioniert sind hier short gehen und der kurs nach oben geht und umso mehr das sind umso schlimmer wird die aufwärts bewegung und die falsch liegen weil sie alle klatsch stehen müssen das wollte ich damit sagen ja also das ist auch was man sich anschauen kann und ist natürlich je nach markt unterschiedlich ja also was große werte sind und so weiter und so fort ja immer auch extrem hier ist ein extrem ist aber auf einem preisbereich ein überhang über tausend und wenn man sich das ausschaut was im schnitt abgeht das ist ja richtig groß ja und die haben da noch keinen stress ja die sind ja eh short die haben keinen stress die kriegen erst stress wenn es darauf geht ja die werden dann halt wenn es weiter rauf geht kleinweise eine position lösen und dann wird das den kurs weiter nach oben treiben gut gibt es fragen ich muss mich doch mal kurz durcharbeiten gibt viele fragen die frage des market replay es sollte zumindest in die alpha version zu uns kommen in vier wochen also vor vier wochen hat man mir noch gesagt es wird circa in zwei monaten startklar sein ich hoffe dass es in vier wochen soweit ist ich habe hier schon teile davon ja ich kann prinzip markt aufzeichnen und wiedergeben aber ich hoffe dass es in vier wochen in die beta version kommt dass jeder das market replay für sich selber testen kann was es noch gibt das was ich euch vorenthalten habe ist in wirklichkeit ist jetzt bei uns auch möglich ich glaube in der beta oder in der latest version crypto coins auch demo zu traden ja dass das hat früher auch nicht geben ich schaue nur kurz die fragen durch danke für die blumen paula fragt ob ich das in einer 30 minuten kerze oder stunden auch zeigen kann ich gehe davon aus dass der den vorigen chart gemeint hat es funktioniert natürlich je nach filterung und und instrument und und volumen aufkommen in jedem markt ja also wir können das gleiche noch mal hier probieren jetzt machen wir den eftags auf 30 minuten ja wir wissen dass jeder markt funktioniert anders aber die vorgehensweise ist die gleiche ja also jetzt haben wir den eftags im 30 minuten chart natürlich umso kleiner die zeit eine weit wird umso kleiner wird natürlich auch oder umso mehr signale und umso mehr trickier und und anstrengender wird es die richtigen cluster zu finden ja und wenn ich hier sagt der eftags ist natürlich viel dünner wie der s&p schauen wir mal was haben wir denn da 100 volumen auf einen preis ja dann probieren wir das auch wieder zu kletten ein bisschen dass man eher mehr dass man bereiche kriegt und nicht einzelpreise kriegt ja wenn wir das einmal auf zwei heben dafür dann den volumen filter erhöhen wieder rein nach fingerspitzen gefühlt das ganze schauen wir uns das an also so bereiche werden nicht wenn wir rauskriegen und das aber auch nicht nur einmal wie man sieht hier keinen moment also hier haben wir im prinzip das wäre schön aber wenn wir uns den chart in die vergangenheit anschauen da haben wir nicht viel ja wir sind ja am 30 da haben wir nicht viel und da könnte man unter umständen die filter noch ein bisschen verbessern und wenn man den eftags kennt da wissen wir dass der bereiche und 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 zonen gerne überschießt ja das macht er gern dann holt er gern da die leute ab und dann dreht er um und das muss man natürlich auch einfließen lassen in die ganze geschichte aber ich bin guter dinge wenn man dort sagen wir gehen wir den preisbereich noch weiter rauf und erhöhen das noch ein bisschen auf 500 unter umständen dann schauen wir uns das einmal an ob das sinn macht was wir da machen jetzt haben wir doch einige signale kriegt ob das sinn gemacht hat was wir da eingestellt haben und ob der unter umständen gut funktioniert im m30 oder nicht also wir schauen gleich nach am chart ob das was gescheites ist was er tut und was nicht und das machen wir gleich gemeinsam bei jedem signal und dann kommen wir zum schluss ob das was gescheites ist oder nicht ja also hier wäre es definitiv was gescheites gewesen ja würde ich behaupten hier also definitiv nicht auf der nächsten kerze überschossen die restlichen karten bis es dann wieder bricht würde ich eher für suboptimal halten der hat gar nicht halten das ist wieder so typischer bereich würde ich nicht machen also wenn ich mir das so anschaue dass er doppelt bereich das heißt ja wie unten viel und um viel volumen gehabt das ist wieder bereich der was sinn macht definitiv zumindest auf der nächsten halben stunden kerze hat der sinn gemacht bis er dann hier gebrochen wird und also mit sehr viel optimismus hätte auch sinn gemacht ja und hier unter umständen auch also das ist wie gesagt der f-tax schießt gern drüber ja und hält sich heute gern dran aber es sind doch auch einige dabei der heute dort zwar hier und dann überschießt aber nächsten mal und diese zone wird dann anscheinend hier zur unterstützung der ist schön wir wissen halt vorher nicht ob es wirklich so schön bergab geht aber der hat schön gehalten und wieder das gleiche phänomen nach oben in den bereich rein rinnt das volumen aus also wir sehen es kommt sehr wohl auf den markt drauf an aber es funktioniert auch im kleinen natürlich ist es so wie bei einer umfrage stellt sich politumfrage vor und das kann man in etwa so mit dem volumen ein bisschen vergleichen welche umfrage welche politische umfrage ist aussagekräftiger wenn ich 100 leute befrag oder wenn ich 100.000 leute befrag dann wird wahrscheinlich jeder von euch beantworten naja die politumfrage wo ich 100.000 leute gefragt habe nach deren ausrichtung ist hat mehr informationsgehalt und wert als wenn ich nur 100 leute frage und so könnt ihr euch das in etwa mit dem volumen vorstellen ja umso kleiner die zeiteinheit wird umso kleiner ist mein sample das was ich abfrage in wirklichkeit und umso mehr ich rauf gehen mit dem volumen also umso mehr volumen ich im prinzip filtern kann umso aussagekräftiger ist eine volumenanalyse in wirklichkeit und das kommt natürlich auch auf den markt davon umso dicker der markt ist umso besser funktionieren wahrscheinlich auf kleinen zeiteinheiten die volumen analysen und umso dünner der markt wird umso schwieriger wird es umso weiter runter dass ich komme also dann sind wir dann irgendwann einmal beim f-tags fünf minuten chart und dann ist dann ist komplett aus die maus ja dann findet man eben nicht mehr überproportional hohe volumina ja man findet sie schon vereinzelt aber die qualität nimmt einfach dann ab ja also natürlich kann man da jetzt wieder jeder widersprechen weil es gibt hunderttausend verschiedene ansätze aber grundsätzlich ist das für mich eine logische erklärung umso mehr volumen dass ich habe umso aussagekräftiger sind eben dessen signale ich hoffe das hat euch jetzt einigermaßen gefallen und mein lückenfüller für heute ich wollte euch nicht enttäuschen war angenehm für euch alle nächstes mal holen wir das footprint vortrag von bernd böhme nach und das übernächste mal bin ich dann wieder alleine und dann bin ich vorbereitet auch wenn ich weiß dass ich alleine bin dann dann werden wir wieder was anderes angehen also ich hätte vorgehabt dass man unter umständen das order buch und und dom levels beziehungsweise heat map anschauen in relation aber am live markt um ein bisschen zu zeigen wie man eben die limit orders im markt auch anschauen und analysieren kann was dafür tricks gibt und ja ich hoffe es hat euch gefallen was man schauen ob der kollege ja noch da ist natürlich bin ich da die stimme aus dem hintergrund dauerhaft also ich werde ich ausführung wäre ich fertig für heute ich hoffe das hat so einigermaßen gepasst und für mich alles gut gut dann ja dann werde ich mich verabschieden von euch und hat mich freut dass wir das sozialrecht dort bis zum nächsten mal danke michael super dafür dass so spontan war dass du spontan jetzt irgendwie was improvisiert auf die beine gestellt hast lief das ganze doch ganz gut ich kann noch einmal ganz kurz rein grätschen in eigener sache weil das muss ich kurz werbung machen es ist diese woche es ist diese woche atlas aktion von 25 bis 30 es sind schon jede menge lizenzen weg da gibt es natürlich zur plattform top preise und konditionen und ja könnt ihr mal reinschauen falls wer interesse hat jetzt hätte ich hätte ich die werbetrommel auch gerührt da jetzt bin ich aber wirklich fertig wünsche ich einen schönen abend okay alles klar danke an die teilnehmer bis zum nächsten mal wir sehen uns bleiben sie gesund ciao ciao